Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wille Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Natürlich derzeit im Fokus unserer Aufmerksamkeit, der Giro d'Italia, der heute auf der vorgelagerten Insel vor der Fußspitze Italiens seine Runden gedreht hat. Bitte? Vor dem Stiefel vielleicht. Vor dem Stiefel, ja, vor der Spitze des Stiefels. Ihr habt ihn schon gehört, wieder mit dabei heute. Natürlich, volle Freude, auch wie ich, der gute Thomas aus dem schönen München. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Ja, ausnahmsweise mal an einem Donnerstag ist ungewöhnlich, an einem Feiertagabend ist ungewöhnlich, aber die Ereignisse erfordern, dass man drüber spricht, sozusagen. Und damit das möglichst schnell immer passiert und wir nicht so viele Etappen aufholen müssen, machen wir das heute Abend. War es heute Fahrradfahren? Vatertag oder Feiertag oder was auch immer? Ja, auch heute Vormittag und nachmittags war der Nachmittag natürlich schon reserviert. Ja, da haben wir wohl das Gleiche getan, vermute ich einfach mal. Ich hatte beim letzten Mal prognostiziert, ab 15.30 Uhr sollte man vor der Glotze sitzen. Und so ganz schlecht lief das ja nicht. Also diese Prognose und ja, ich habe mich selber daran gehalten, saß um 15.30 Uhr in der Glotze und das hat alles gut funktioniert. Aber fangen wir nicht direkt mit heute an, auch wenn das wahrscheinlich das ist, worüber wir am meisten uns darauf freuen, darüber zu reden. Es gilt ja dann doch noch ein paar Etappen insgesamt abzuarbeiten und dann würde ich sagen, wir hatten das gesprochen das letzte Mal, als es von Sonntagabend, als es von Jerusalem nach Italien rüber ging. Transfer hat alles gut geklappt, soweit ich das mitbekommen habe, keine großen Auffälligkeiten. Ja, also es gab da glaube ich schon ein oder zwei Mannschaften, die sich beschwert hatten, dass im Flugzeug die Klimaanlagen nicht richtig eingestellt waren und daher der ein oder andere Fahrer hinterher husten hatte. Aber ansonsten hat alles geklappt. Also wenn das jetzt das Größte, ich denke mir immer, wenn man sich darüber beschwert, dann ist es schon okay. Okay, ging dann weiter auf Sizilien, wie wir schon angekündigt haben, mit Etappe Nummer 4, die ich mir nur in der Zusammenfassung angeguckt habe. Und ja, es war das von uns angekündigte Sägezahnprofil und am Ende, eine Frage hätte ich da direkt auch gehabt noch dazu. Mir war das gar nicht aufgefallen, dass das Team des späteren Siegers dann auch seine Trikots gewechselt hatte. Also beim Zeitfahren ist mir entweder keiner von denen aufgefallen oder das hat mich am Anfang sehr verwirrt. Und vielleicht für die Leute, die auch verwirrt waren und diese Regelung nicht kennen, nochmal zusammengefasst, man darf einmal pro Saison sein Trikot wechseln. Also sein Outfit, das Design. Genau, dem einhergehend ist es dann wohl auch so, dass man da zumindest am Teamnamen so ein bisschen was rumschrauben darf. Also das Team, was wir normalerweise unter dem Namen Lotto Sudal kennen, heißt beim Giro d'Italia nicht so, sondern es heißt Lotto Fix All. Und dieses Fix All ist scheinbar ein besonderes Produkt der Firma, was dort beworben werden soll. Also ja, das hat mich dann, aber das war beim Zeitfahren auch schon. Jaja, das ist den kompletten Giro über so. Okay, nee, das hatte ich, beim Zeitfahren hatte ich das nicht mit, also das war mir da irgendwie nicht aufgefallen oder habe ich nicht mitbekommen oder habe durch Zufall keinen Lottofahrer gesehen. Auf jeden Fall hat mich das sehr verwirrt. Ja, das berühmte Sägezahnprofil, was wir erwähnt haben, nicht wirklich schwer, nicht wirklich leicht. Und da war es dann auch, ich weiß nicht, wir hatten nicht so wirklich irgendwie dann einen Favoriten ausgemacht vorher. Naja, wir hatten gesagt, also eventuell könnte da ein hügelfester Sprinter, ein Mann wie Belletti beispielsweise mit vorne ankommen. Aber ja gut, es ist dann doch anders gekommen. Also es haben sich da wirklich schon die Classementsfahrer vorne zeigen müssen und natürlich auch ganz vorne dabei gewesen die ganzen Fahrer, die Klassikerspezialisten, wie beispielsweise ein Michael Woods, ein Tim Valens oder auch einen Fahrer wie Bataillen. Ja, und ich habe, ich weiß nicht mehr, ich habe das Problem, dass ich gestern Abend die beiden Etappen in Zusammenfassung mir jeweils angeguckt habe. Das heißt, es kann sein, dass ich durchaus das Sachen durcheinander werfe heute. War es die Etappe auch, also ich hatte bei einer der beiden Etappen, ich glaube, das war bei dieser, war es auch so, dass die kurz vor der Zielankunft durch ein wirklich sehr, sehr schönes, schönes Örtchen gefahren sind. Und da war ich sehr, sehr fasziniert von der Menschenmenge, die an den Straßenrennern stand, aber auch nichts abgesperrt, sondern einfach so, wie wenn sie sich selber darum gekümmert hätten, das selbst organisiert. Und also war ich, also bei der Tour hat man ja immer so ein bisschen Angst, dass da irgendwie einer mal rausspringt oder so, aber es war sehr, sehr voll und große Begeisterung. War das die Etappe? Das kann durchaus sein, dass es die Etappe war, es war auf jeden Fall im Finale drin in Calta Girona, so, dass es da ja durch ganz viele kleine verwinkelte Gassen aufging. Nee, dann war das aber die Etappe danach, wo es dann hinterher, nämlich dann auf einmal so wie geklipst, total ruhig war und kaum noch einer am Straßenrand war. Das war dann so ein bisschen trist, das war dann wahrscheinlich die Etappe am Tag danach, habe ich das durcheinander geworfen, naja, egal. Aber ich fand mit sehr viel Disziplin die Italiener da am Tag und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und du hast gerade eben, glaube ich, schon den Namen erwähnt, ne? Ein hügelfester Sprinter, Tim Valens, der ja in diesem Frühjahr schon so manches Mal auf sich aufmerksam gemacht hat, hat die Etappe dann für sich entscheiden können, knapp vor Michael Butz und Enrico Bataglin. Ich weiß nicht, wie war das schlechte Aussprache. Ja, also im Finale drin war es ja so, also wir hatten zunächst erstmal fünf Angreifer, Barbin, Moskav, Raporti, Belkov und Jarigi, die dann aber auch wieder gestellt wurden. Und es waren, glaube ich, insgesamt, ja, über 2000 Höhenmeter zu bewältigen an dem Tag, also es sagt schon einiges. Und im Finale drin, ja, da gab es dann so eine Art Schlussrampe in Calta Girona mit maximal bis zu 13 Prozent. Und da ging es dann natürlich darum, ja, da möglichst in einer guten vorderen Position reinzufahren. Und dann war es so, Jack Haig hat für das Team Orica, für Mitchelton Scott, alles, ja, so ein bisschen auseinandergerissen. Und hinter den, glaube ich, ersten vier, fünf Fahrern war dann schon so ein Loch. Chavez war dann mit dabei und von hinten sind dann aber wieder noch wieder andere aufgefahren. Und ja, Tim Wellens war dann in dieser Rampe drin, einfach derjenige, der an dem Tag auch die besten Beine hatte. Ja, also ich wirkte noch nicht mal so, also so un-, das sah jetzt nicht unangestrengt aus, aber so souverän fand ich das irgendwie so, so, wie ich sage, Kompromiss. Es gibt irgendwie so ein Wort, was mir jetzt gar nicht einfällt, ne? Also er hat das ganz entspannt durchgezogen. Abgebrüht. Ja, abgebrüht trifft es schon ganz gut. Aber abgebrüht, finde ich, hat immer so einen negativen Touch, eher so… Routiniert, oder? Nee, ja, das beschreibt alles ganz gut, aber nicht das Wort, was ich suche. So unzweifelhaft. Weißt du, man hat in dem Moment, wo er da angetreten ist, wo es so… Es gibt ja, das hatte ich mit dem Chris auch schon so manches Mal besprochen, es gibt so Situationen, da weiß man, alles klar, das zieht er jetzt durch, das wird jetzt. Und das war aber in dem Fall auch so, fand ich. Also da war jetzt so ohne Zweifel, dass der das jetzt abschießt. Und ja, Tim Valens, was hat er nochmal gewonnen im Frühjahr? Da war doch ein… Pfeil von Brabant. Pfeil von Brabant. Und ich hatte ihn doch auch bei irgendeinem anderen Renn mal auf dem Schirm, da wurde ich vom Chris für ausgelacht. Ja, beim Les Ballons, da war er auch ganz vorne dabei. Also er hat ein gutes Jahr und kann man gespannt sein. Man muss ja auch sehen, wer jetzt also an Klassiker, also an diesen hügelfesten Klassiker-Leuten dabei war. Da war jetzt Michael Woods, okay gut, der ist Lüttich-Bastonien-Lüttich da auch sehr weit vorne mitgefahren, auch ein Enrico Batallin kann sowas. Aber ansonsten, ja, die ganz großen Spezialisten, wie beispielsweise Alaphilipp, waren für sowas jetzt auch nicht dabei. Aber er hat das ja schon souverän gewonnen, wie du gesagt hast. Und was man auch noch vielleicht sagen muss, was du jetzt zumindest auch noch notiert hast, Schachmann gestürzt war die Geschichte, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, Maximilian Schachmann, der ist… Ach doch, ach doch, genau, in der Rechtskurve, ne? Zweieinhalb Kilometer vor dem Ziel in der Rechtskurve rausgeflogen. Er ist gerade ausgefahren einfach. Ja, mit einem Zuschauer kollidiert und kollidiert und, ja, hat sich dann aber noch wieder ganz, ganz formidabel zurückgearbeitet und Platz 21 mit nur zehn Sekunden Rückstand geholt. Ja, schade, also hätte man gerne gesehen, was da vielleicht, ne? Also da wären jetzt gut und gerne, na, ohne diesen Sturz so zehn Plätze vor, weiter nach vorne wäre wahrscheinlich kein Großbrit. Mindestens, ja. Also das ist einfach so, scheint ja jetzt so sein Ding zu sein, diese, ja, kurzen, knackigen Anstiege, die recht steil sind. Das kann er scheinbar sehr gut, hat man jetzt beim Flashballon auch gesehen oder jetzt halt auch auf der Etappe. Ja, und schade, dass er da einen Sturz gehabt hat. Und Chris Froome ist sogar noch ohne Sturz, hat es geschafft, nach ihm reinzukommen. Der hat wohl irgendwann zwischendurch mal die richtige Gruppe verpasst. Ja, es hieß hinterher im Kommuniqué von Sky, dass er da eingebaut gewesen ist und deshalb da so ein bisschen den Anschluss verpasst hatte. Und dann hat man sich zwar bemüht, ihn da wieder nach vorne heranzubringen, aber letzten Endes waren es dann doch 21 Sekunden, die er da auf die Besten kassiert hat. Ja, und ich will nicht sagen, dass das jetzt den Giro entscheidet, aber am Ende des Tages 21 Sekunden haben oder nicht haben und das auf alle Favoriten, das kann nicht im Sinne von Froome sein oder kann nicht im Sinne von Team Sky sein, was er sich da eingepackt hat. Also hat ihn dann auch, ich glaube, in der Gesamtwertung lag er dann auf... Ja, ist er dann nochmal einen Platz von 19 auf 20 runtergerutscht mit 55 Sekunden nach der Etappe. Ja, genau. Also wenn man sich das mal anschaut, wenn so das Ergebnis in Rom wäre, wäre Maximilian Schachmann mit Platz 6 definitiv zufrieden gewesen, gehe ich mal davon aus. Ja, und am Ende des Tages, Roland Dennis konnte da seine Sekunde, sein Sekündchen, was er auf Tom de Molheur an Vorsprung hat, verteidigen, weil er da auch mit der zweiten Gruppe reingekommen ist. Die vier Sekunden Rückstand hatte, zusammen mit Tom de Molheur. Also der hat da Manndeckung betrieben. Ja, also alles richtig gemacht an dieser Stelle auch für ihn. Würde ich sagen, ohne weitere Verzögerung gehen wir auch zur nächsten Etappe über. Das war dann die Etappe. Ja, die nächste Etappe, Etappe Nummer 5 von Agrigento nach Santa Nifa. Ein ähnliches Profil wie die vorige Etappe, nur im Finale nicht ganz so schwierig. Also es gab da nicht so eine super steile Schlussrampe. Nichtsdestotrotz war auch das sehr, sehr anspruchsvoll. Und ja, also es gab wieder, um es vorwegzunehmen, einen Sieger, der sehr hügelfest ist, der am Vortag auch schon mit vorne dabei war, Enrico Batallin vom Team Lotto NL Jumbo, der jetzt, glaube ich, seine, wenn ich nicht irre, dritte Giro-Etappe und die erste seit vier Jahren gewonnen hat. Sie, kann ich so bestätigen. Für Bardiani. Ja, und es nimmt natürlich von der Mannschaft Lotto NL Jumbo auch einen Haufen Druck weg. Ja, vor allem, weil meine Tochter ja immer vor, also sie schaut ja nicht viel Fernsehen, aber wenn sie mit mir heute zum Beispiel die Etappe geguckt hat, ist Lotto eines der wenigen Trikots, das sie auch am Fernseher so erkennt. Ach, weil es gelb ist. Keine Ahnung, da sitzt sie vor der Glotze, Lotto Jumbo, Lotto Jumbo. Sehr, sehr süß. Ja, genau, also es war im Prinzip ähnlich im Ergebnis wie gestern. Wie vorgestern, ich glaube, das war die Etappe dann, wo ich gesagt habe, ein bisschen trostlos, also es ging so aus dem Ort raus. Ja, aber es kann schon sein, dass das da war, kurz bevor dieser Massensturz das Welt auseinandergerissen hat. Ja, aber das war, glaube ich, innerhalb der drei Kilometer schon, also das ist dadurch zumindest drei Kilometer, glaube ich. Äh, nee, also dieser Sturz, der war, glaube ich, 15 oder 20 Kilometer vorm Ziel. Okay, dann habe ich den gar nicht gesehen, dann meine ich was anderes. Ja, aber das war wirklich also ein Sturz, der da ziemlich gravierende Folgen hatte, also beispielsweise Maximilian Schachmann war da wieder verwickelt, wurde dann aufgehalten, ja, musste dann ohne, ja, Mannschaftshilfe wieder zurück ins Feld fahren, trotzdem am Ende noch wieder starker Vierter geworden, wäre auch wieder mehr drin gewesen, wäre da ein bisschen besser positioniert gewesen und beispielsweise ein Mann wie Pozzu Vivo, der da auch in den Sturz verwickelt war, ja, der musste, da musste die ganze Mannschaft wirklich sich strecken, um den, um den wieder zurück in die Gruppe zu fahren. Einer, der es nicht geschafft hat, zurück nach vorne zu kommen, war Miguel Ancel Lopez. Das war aber nicht dieser Massensturz, den ich gerade angesprochen hatte, sondern, ähm, der ist einfach geradeaus in eine Wiese gefahren, also, ähm, es sah auch, wenn man es sich nochmal anguckt, recht, recht kurios aus, wie er da auf einmal ohne ersichtlichen Grund in so eine Wiese reinfährt und er hat am Ende dann 43 Sekunden Rückstand kassiert. Ja, das ist immer, ne, ich finde, man kann sich das ja anschauen und hinterher drüber kaputt lachen, wenn nicht wirklich was Schlimmes passiert ist, außer das, ne, Zeit verloren ist jetzt natürlich für den Fahrerschen, aber keine großen gesundheitlichen Einschränkungen sozusagen. Erwischt hat das auch Rüdiger Selig, der ja da, äh, der sozusagen nach, ich glaube, durch diesen Sturz, wo er auch drin war, ähm, weiß nicht, ob er sich da verletzt hat, aber er hat auf jeden Fall, ist er heute nicht mehr angetreten. Nee, der ist krank gewesen. Also, man war auch schon, glaube ich, auf einer Etappe war er als letzter reingekommen, ich glaube, auf der vorigen Etappe, wenn ich mich nicht irre, war er, glaube ich, gestern. Ja, genau. Da war er als, ähm, als letzter reingekommen und, ähm, ja, musste dann heute das Rennen aufgeben und natürlich schade für Sam Bennett, da ihm jetzt natürlich gerade morgen, wo wir wieder eine Sprintetappe haben, ähm, sein Anfahrer fehlt. Was ich lustig finde, wenn man sich die Ergebnislisten mal so anguckt, ähm, gibt es ein Team, was immer wieder auffällt. Und so heißt das, das Team, wenn du dir mal anschaust, die Ergebnisliste von gestern, ja, äh, äh, dann gibt es das Team Villier-Tristina, Selle Italia, welches quasi in Mannschaftsstärke reingekommen ist, ja, mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Fahrern, zeitgleich. Und am Tag davor haben sie das Gleiche schon mal gemacht. Die sind, die scheinen irgendwie am Ende sich alles, also sieht, in den Ergebnislisten sieht das aus, als würden die einen Ausflug machen, weil die alle sechs zeitgleich, äh, versuchen über die Linie zu fahren. Vielleicht versuchen die irgendwie eine Wertung zu gewinnen, die, ähm, wir sonst nicht kennen. Also das Team mit dem zeitgleichsten, also der wenigsten Abweichung, irgendwie, keine Ahnung. Also sehr, sehr kurios. Ja, für die geht es, denke ich, also ich denke, die fahren da alle mehr oder weniger in einer Gruppe, weil es darum geht, den Sprinter Jakob Mareczko im Zeitlimit zu halten. Also es ist einfach der wichtigste Mann in dieser Mannschaft und den wollen die Part 2, also auf keinen Fall verlieren. Heute übrigens auch. Heute wieder mit, aber weißt du, dass die, dass die wirklich alle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, heute ist es 7, dass die wirklich aber auch alle zeitgleich, also was heißt zeitgleich, aber die kommen ja sonst auch immer gerne mal irgendwie, ähm, ähm, in einer Gruppe an, ja, und dann sind die natürlich so ein bisschen durchmischt. Aber die schaffen es, komplett zeitgleich alle und auch in der Rangliste gleich einzulaufen, ja, also Platz 162 bis 168 ist heute Villier Tristina. Sehr, sehr schön. Mal gucken, also ich würde morgen viel darauf wetten, dass die mindestens in der Fünfergruppe ankommen. Na, der Einzige, der da oben ausschwingt, ist Eduardo Zardini, also, ja, und einer schwingt noch nach hinten aus, aber ansonsten, es ist eine sehr, sehr schöne Sache, also sehr kuglos, gefällt mir gut, ähm, werde ich großer Fan von dem Team. Ähm, Ja, also, das war dann die Etappe Nummer 5, ähm, wo es eigentlich auch so gelaufen ist, wie wir gedacht haben, Schachmann an dem Tag auch wieder von sich sprechen gemacht, was er sich aufmerksam hat. Ja, wie gesagt, also wenn er da besser platziert gewesen wäre vor der letzten Kurve und hätte er den Sturz nicht gehabt, denke ich, hätte er das Ding abgeschossen. Also es war schon sehr, sehr beeindruckend, wie stark der da gefahren ist und vor allem dann ohne Mannschaftshilfe da wieder so zurück ins Feld zu fahren, ja, Chapeau, also kann man nicht anders sagen. Auch, ähm, ja, für, also die Geschichte eigentlich, die ich noch erzählen wollte, Visconti, der am Ende Zweiter geworden ist, hätte natürlich liebend gerne, ähm, in seiner Heimat in Sizilien die Etappe gewonnen, unbedingt, aber dadurch, dass, äh, Pozzovivo durch diesen Sturz zurückgebunden wurde, musste auch, ähm, Visconti da Helferdienste, ja, leisten und, ähm, Pozzovivo da wieder reinfahren und dadurch haben ihm, hat er hinterher auch gesagt, die entscheidenden Körner gefehlt, um die Etappe zu gewinnen. Ja, aber das, so ist der Helferjob nun mal, ne, also, ähm, kann man nichts machen, ist, äh, ist ein Job, wenn man, wenn ich nachvollziehbar, ähm, nachvollziehbar ist es schade finde für ihn, aber, und heute ist er ja auch wieder gestürzt, also, ja, abgesehen von dem zweiten Platz läuft es da auf Sizilien nicht so sonderlich toll für ihn. Ja, das, äh, da hast du vollkommen richtig. Apropos Sizilien, Sizilien ist, äh, bekannt für seinen Vulkan und auf den ging es heute hoch und wir hatten, glaube ich, beide schon gesagt, dass das so die erste Etappe, auf die man sich so richtig freut, also, auf die anderen auch, aber dass das schon mal nochmal eine herausragende Rolle einnimmt im Vergleich zu dem ganzen Fest, äh, da sonst und ich bin, hast du's, wie hast du's verfolgt? Ab wo, ab wo, bis wann? Also, bis wann, klar, bis zum Ziel, aber bist du eingestiegen in die Übertragung sozusagen? Ja, also, von Übertragungsbeginn eigentlich, also, ich hab mir auch schon so ein bisschen die Vor, diese, äh, Vormittagsshow von der, von der, vom italienischen Fernsehen angeschaut und dann, ja, geht es ja im Prinzip mit Kilometer null los. Also, ich bin, glaube ich, eingestiegen, äh, Kilometer noch 60 zu fahren und ich glaube, das war auch ein ganz gutes Timing, also, nach 95 gefahrenen Kilometern ungefähr, das, ähm, also, es war zu dieser Zeit so, ich weiß nicht, vielleicht erzählst du kurz vorher noch irgendwas, also, es hatte sich eine Gruppe gebildet, relativ groß. Ja, es hat halt, ähm, ewig gedauert, bis ich mal eine Gruppe gebildet hatte, also, wir hatten verschiedene Spitzengruppen und bei der ersten, äh, ich glaube, bei der zweiten Spitzengruppe war es, ja, unter anderem mit Toni Martin, hätte ich gedacht, ja, gut, die kommen jetzt wahrscheinlich schon mal weg, aber, ja, dann gab es so viel Interesse daran, heute diese Etappe zu gewinnen, dass man die auch nochmal zurückgeholt hat und dann hat sich halt diese, ja, riesige Gruppe gebildet, ähm, auch mit einigen sehr, sehr guten, Klassementsfahrern, die, die man dann bis auf, glaube ich, vier Minuten weggelassen hat, dann ist aber hinten BMC in die Verfolgungsjagd eingestiegen und hat das Ganze so bei drei Minuten gehalten, bis dann, ähm, ja, Astana das Ruder übernommen hat und, ähm, ja, sukzessive den Vorsprung runtergearbeitet hat. Genau, also Astana, dann hat man auch gerne nochmal Team Sky vorne gesehen, wobei ich aber den Eindruck hatte, äh, die, die sind wahrscheinlich einfach da vorne, um ihren Froom aus allen möglichen Problemen rauszuhalten, die möglichen, ja, die haben halt mehr, mehr Störarbeit, ähm, da gemacht als alles andere, weil es waren 17 von 22 Teams in dieser Spitzengruppe vertreten und, ja, wir können es ja vorwecken, die Verlierer des Tages sind eigentlich, ist eigentlich die Astana-Mannschaft, die es nicht geschafft hat, einen Paarer in dieser Spitzengruppe zu platzieren und dann den halben Tag, hinterhergefahren ist und am Ende kein, ja, keinen Erfolg verbuchen konnte. Ja, und die auch wirklich viel investiert haben, das muss man ja auch mal sagen, also es war immer, äh, du konntest immer mit zwei, drei, äh, zwei, drei Leute waren da immer vorne da mit dabei und, ähm, ja, also da, da hat man wirklich heute sehr viel Körner gelassen für, für nix sozusagen, äh, würde ich mal, ich glaube, so kann man das, ähm, stehen lassen. Ähm, steigen wir vielleicht, also ich glaube, mein Einstieg war in zeitlich, ne, Gruppe Stand, dann das übliche Spiel, ne, also alle fahren hinterher, Abstand bleibt gleich und warten, 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 vor allen Dingen bei einer Etappe, wo ja das, äh, Streckenprofil es so eindeutig macht, dass es am Ende, ähm, darum geht, die Kohlen aus dem Feuer zu holen und irgendwann, ich glaube so, man sagt so, ab Kilometer 15 oder so etwas noch, äh, vor Ende der Etappe, ähm, ging's dann richtig los und, ja, wie soll man das beschreiben? Also, es zeigten sich relativ schnell viele der, äh, der, ähm, Favoriten vorne. Wichtig noch in dieser 29er Gruppe, vor allen Dingen, wie ich's angekündigt hab, was ich mal betonen möchte hier, war einer der beiden Scott-Fahrer, nämlich, ähm, Javes. Ja, also es waren da verschiedene Leute, die im Clasmodo Ambitionen haben, beispielsweise Chaves, wie du ihn schon erwähnt hast, oder aber auch ein Mann wie Sergio Luis Henao, ja, da kann man jetzt sagen, der hat da zwar irgendwo als Polizist für Chris Froome agiert, aber, ja, zwischenzeitlich sah es dann doch recht gut aus für die Gruppe und, ähm, es wäre natürlich auch eine Option dann gewesen, wenn der weit weggekommen wäre, wenn der halt mal drei, vier Minuten hat, dann, ja, kriegst du die auch nicht wieder so schnell zurückgefahren. Und, ähm, im letzten Anstieg war es dann so, dass diese Gruppe so peu a peu, ohne dass man's richtig so mitbekommen hat, immer weniger wurden, also es fiel hinten immer mal wieder, eben, mir ist es mehr dadurch aufgefallen, dass, äh, sozusagen das Hauptfeld oder die Hauptangrafergruppe wieder jemanden überholte, die, aus den 29 wurden, dann langsam, aber sicher immer weniger und, äh, waren irgendwann, ich, ich fand noch mal so einen entscheidenden Punkt gab es, als sie noch zu viert unterwegs waren. Da war nur noch Chavez, äh, wer war noch, ähm, Jochi, wie heißt der von Cipollini, der dabei war? ähm, nemm, 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 Ja gut, der erste, der halt auch richtig attackiert hat, war Giulio Ciccone. Genau, Aber die Ani-Mannschaft, die haben halt gesehen, die müssen jetzt unbedingt was machen, weil hinten war das Feld dann irgendwann auf eine Minute ungefähr dran und das zu verteidigen auf diesen letzten 10 Kilometern wird ganz, ganz schwer, haben die natürlich auch gesehen. Und Ciccone hat es dann als erster probiert. Ja, und dann sind halt die anderen immer hinterhergesprungen, Henao beispielsweise, der da ein, zweimal die Lücke geschlossen hat. Ja, und irgendwann war es dann halt so, dass Chavez so fünf Kilometer vor dem Ziel gesagt hat, jetzt zünde ich meine Rakete und fahre hier voll Schub den Rest hoch. Übrigens, eine, fandst du das Rad, die Lackierung von dem Henao-Rad fand ich übrigens sehr, sehr ansprechend. Klingt blöd, dass ich jetzt, ne, aber dass ich auf sowas achte. Du meinst in den kolumbianischen Meisterschaften? Ja, ja, genau, 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 dieses Penarello, was so nicht in dem üblichen Team Sky lackiert ist, sondern anders war, fand ich sehr, sehr schön, hübsch irgendwie. Ja, also mal was anderes. Ja, und hat man auch sonst nicht gesehen, ne, auf das, das, also, ne, dass jetzt heute ein Dennis in einem Rosa, auf dem Rosa Rad gefahren ist oder damals, wie heißt der hier nochmal, der kleine Quintana auch auf dem Rosa Rad. Okay, das finde ich persönlich ein bisschen zu viel des Guten, ne, rosa, rosa Helm, rosa Schuhe, rosa, alles, äh, gedönst, aber, ähm, die Farben da von dem Rad, äh, so in Landesmeisterfarben, das fand ich echt, hab ich so noch nicht in Erinnerung, dass ich das gesehen hab. Nö, also, ähm, das Rad, so in Landesmeisterfarben, pff, nö, hab ich bislang, glaub ich, auch noch so in der Form noch nicht gesehen. Und zwischendurch war es ja wirklich, äh, eine kolumbianische Bergmeisterschaft zwischen Hinau und Chavez. Ja, ähm, und, äh, es war dann irgendwann der Zeitpunkt erreicht, äh, dass Chavez sich, äh, noch mehr abgesetzt hat, dass er also, äh, weggestiefelt ist, glaub ich, wenn ich das so richtig... Ja, er ist dann alleine weggefahren und, ähm... Und in dem Moment dachte ich so, jetzt, genau jetzt wird meine Weissagung wahr. Genau das war das Szenario, nicht so rum oder mit Jates vorne, war das, was ich gedacht hab, okay, das wäre, wenn ich Teamleiter wäre von denen, meine Taktik für den Tag, ähm, war ich ein bisschen stolz, muss ich mal ehrlich sagen. Man muss aber auch sagen, dass, ähm, die Auffahrt in diesem Jahr eigentlich so gar nichts gemein hatte mit der aus dem letzten Jahr. Also im letzten Jahr, das war so eine, ja, Autobahn-ähnliche Straße, die man da hochgefahren ist, sehr, sehr windanfällig. Und diesem Jahr war es halt so wirklich eine richtige Bergstraße durch, durch viel Wald und, äh, es war sehr gut geschützt. Und dadurch hat man da natürlich auch mehr Aktionen der, auch der Klasse-Maus-Fahrer gesehen. Ähm, äh, Froome wie immer nur auf seinem Tausch da, oder wie oft, äh, auf seinen Tausch starrend da hochgefahren. Ähm, ja gut, Froome war zwischendrin dann auch ein, zwei Mal abgehängt und hat dann auch wieder so ein bisschen davon profitiert, dass, dass es dann wieder stillgefallen ist. Aber es war halt, ja, sehr, sehr schwierig. Er ist halt seine Stiefel runtergefahren, ne? Also wie immer. Ja, aber generell auch sehr, sehr schwierig, diesen Anstieg sich irgendwo einzuteilen, weil es war dann mal irgendwie, ja, 500 Meter 9 Prozent, dann wieder, ja, 500 Meter flach, 500 Meter wieder 6 Prozent und es ging immer total unrhythmisch da hoch. Also sehr, sehr schwierig, diesen Anstieg überhaupt zu bewältigen. Also Chavez war irgendwann alleine auf dem Weg nach oben und da kam dann, ähm, auch, ich glaube, die Moderatoren waren sich da so ein bisschen unsicher, so nach dem Motto, okay, was macht Simon Yates jetzt, ne? Weil, ähm, eigentlich, er kann nicht an die Gruppe nach vorne fahren, ne? Weil er will ja seinem Mannschaftskollegen nicht selber hinterherfahren oder, und gegebenenfalls noch Leute mitnehmen. Ähm, aber er fühlte sich offensichtlich so stark und, ähm, dachte sich, okay, ich, ich fahre die jetzt hier alle in Grund und Boden, wenn dann aber mit Attacke alle direkt abhängen und dann hoch. Und genau das hat Simon Yates gemacht und ich, ich dachte, er ist nur, wenn ich gucke, nicht richtig, als er losgefahren ist. Ähm, weil dazu gehört, also wirklich, so eine Attacke an der Stelle dann so zu fangen, da muss man, glaube ich, schon sehr, sehr selbstbewusst sein und sehr selbstsicher, dass man das auch durchzieht. Weil ansonsten wirst du immer, immer von deinem Mannschaftskollegen vorherriffen lassen können, du hast die Leute nochmal herangeführt. Ja, gut, also er hatte natürlich auch den Vorteil, dass er Chavez vorne hatte und selbst lange Zeit nichts tun musste. Und andere Leute, wie beispielsweise Pozo Vivo, der hat halt drei oder viermal attackiert und Yates hat sich alles für diesen, für diesen einen Effort aufgespart. Und ja, gut, das ist eine sehr riskante Taktik gewesen. Muss er sich also wirklich schon sehr, sehr sicher gewesen sein, dass er viel, viel stärker als die anderen ist. Weil, wenn er da beispielsweise ein Pinot noch am Hinterrad hat, dann hat er natürlich ein Riesenproblem. Ja, oder einfach auch einen, egal wen, einfach mitnimmt. Also, er hat das wirklich Hut ab durchgezogen. Und ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal bei der Grand Tour gesehen habe, dass zwei Mannschaftskollegen dann auch noch mit so einem großen Abstand, also man muss mal sagen, Chavez und Yates haben fast eine halbe Minute rausgefahren. Konnten dann auch wie in einem Partzeit fahren am Ende fast, als es weiter los waren. Und die einzige Frage, die man sich noch stellte, wer von beiden holt sich die sechs Sekunden Bonifikation? Ja, also um die Bonifikation ging es ja gar nicht mal so viel. Also es stellte sich nur noch die Frage, ob Chavez da auf dem letzten Kilometer bei Yates dranbleiben kann. Ja, der hatte schon einen ordentlichen Geschwindigkeitsvorsprung. Aber Chavez hat, glaube ich, die Bonifikation, aber sechs Sekunden immerhin, ne? Also die können ja am Ende dann auch was rausmachen. Sind es nicht sogar zehn? Ich hatte sechs in Erinnerung. Müssen wir mal nachschlagen. Ja, aber das ist halt immer die Frage, was man denn als Yates beispielsweise macht, ob diese vier Sekunden wirklich so viel wert sind oder ob dir die Stimmung in der Mannschaft mehr wert ist. Ja, ja, klar. Das war halt so, ja, ein ungeschriebenes Gesetz des Radsports sozusagen. Also dieser Deal, ich übernehme das Liedertrikot und du darfst dafür die Etappe gewinnen. Und in dem Fall war es halt noch was ganz Besonderes, falls der eigene Teamkollege war. Und ja, für mich heute mal wieder so einen Moment, in den der Radsport halt gestrahlt hat, weil es ist dann doch noch möglich, dass es sowas gibt, wie was die Franzosen Bourges nennen. Also so eine höfliche Geste und Sportsgeist halt, dass ich nicht meinen Teamkollegen 150 Kilometer oder wie lange er vorne war in der Flucht verhungern lasse und dann am Ende noch den Etappensieg abstaube, sondern dass ich seine Arbeit auch zu würdigen weiß. Eine Wertschätzung, die man entgegenbringt. Zumindest die Etappe gewinnen lasse. Und ich denke, das wird ja auch innerhalb der Mannschaft unheimlich die Moral heben. Also was hätte es dem Jates jetzt gebracht, da noch diese kleine Bonifikation abzustauben, wenn dann der Teamkollege auf ihn vielleicht, ja, das nicht offen sagt, aber vielleicht dann insgeheim stinkig ist. Stimmt schon. Andererseits finde ich auch, man hätte, also es wirft jetzt zumindest, also klar, wenn jetzt von vorne, aber andererseits. Wenn es hinterher an den sechs oder zehn Sekunden scheitert, dann wird man entweder von Jates immer als demjenigen sprechen, der den Giro nicht gewonnen hat, aber dafür die Herzen gewonnen hat oder so etwas. Aber diese Spekulation kann man ja dann tätigen, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall hat sich damit ganz klar das Team Mitchelton-Scott, welches mir immer noch schwer von mir über die Lippen kommt, in eine Rolle gespielt, die wirklich sehr, sehr gut ist. Also Jates hat das rosa Trikot übernommen, jetzt Ron Dennis spielte dann irgendwann keine großartige Rolle mehr. Also er hat, ich weiß gar nicht, wann er reingekommen ist, so eine Minute hat er ungefähr gepackt wahrscheinlich. 1-0-4. Ja, 1-0-4. Hat damit sein Gastspiel da vorne in dem Gesamtwertungszirkus. Na gut, er ist immer noch sechster mit 53 Sekunden Rückstand. Ja, aber wir glauben ja nicht beide. Also es würde mich wundern, wenn er diese Position noch, vielleicht jetzt durch das Zeitfahren, aber ich glaube, dass er bis zum Zeitfahren sich so viel reinpacken wird an Rückstand, dass er nicht mehr, also ich glaube nicht, dass wir ihn in einer Woche noch unter dem Top Ten sehen werden. Dann behaupte ich einfach mal. Ne, das muss nicht zwingend sein, aber er ist halt immer noch momentan dabei. Ja, und die Mitchelton-Scott-Mannschaft hat sich dadurch natürlich in eine herausragende Ausgangsposition gefahren. Nicht nur, dass Simon Yates wahrscheinlich heute auch die Herzen vieler Radsportfans erobert hat, sondern auch, dass man jetzt in der Gesamtwertung Platz 1 und Platz 3 inne hat und den großen Favoriten Tom Dumoulin da in der Zange hat. Also ab jetzt werden sie immer Yates oder Chavez versuchen, einer attackiert und alle anderen müssen hinterherfahren. Und wenn die zwei sich gut verstehen, was nach dieser Aktion heute am Anfang ausgehen kann, wird das vielleicht das entscheidende Moment sein, dass Giros heute gewesen sein. Also, dass die zwei sich diese Situation so, und das hat mich auch so gefreut, also das war wie geplant, oder? Also das war wirklich Generalstabsmäßig und wenn ich Portilla-Leiter wäre und morgens so einen Plan hätte und würde sagen, pass mal auf, wir versuchen das und das, was ja jetzt auch kein großartiger, überraschender Plan war. Wenn ich da schon letzte Woche Sendung drauf hinweise, dann ist es auch nicht irgendwie, es muss dann aber auch klappen und man muss wirklich, also Chavez oder Yates, einer von beiden muss in diese Gruppe kommen. Ja, aber ich glaube nicht, dass die geplant haben, einen ihrer Kapitäne in die Gruppe zu schicken. Meinst du nicht? Also Chavez war vor der Etappe, glaube ich, auch im Bereich von einer Minute oder ein bisschen mehr normalerweise, unter normalen Umständen, lässt den keine Mannschaft fahren. Also vor allem nicht in der Gruppe mit mehr als vier Minuten oder so. Also das ist schon eine außergewöhnliche Situation gewesen, die man bei einer Grand Tour so in der Art und Weise auch nicht erlebt. Und dadurch bedingt, dass halt, wie vorhin schon angesprochen, 17 von 22 Mannschaften da vorne Fahrer dabei hatten und beispielsweise Sky, die hatten halt mit Hinau auch einen Fahrer, wo sie gesagt haben, ja, sind wir ganz zufrieden, wenn der jetzt vielleicht dann auch mal, ja, so drei, vier Minuten oder so ungefähr vielleicht vor den anderen Favoriten liegt. Oder, ja, halt auch die anderen Mannschaften, die auch gute Leute dabei hatten. Also von daher waren eigentlich nur BMC und Astana in der Pflicht. Und es war noch viel, viel Glück dabei, dass BMC überhaupt gesagt hat, wir wollen, dass die der Trikot heute nochmal verteidigen. Ach ja, also ich stelle mir gerade dann vor, wie die sportlichen Leiter von Mitchell & Scott so den ganzen Tag hinten irgendwie im Auto sitzen und ihr Glück gar nicht fassen können, dass sie in diese glückliche Situation reingekommen sind. Und ja, also rundherum alles gut gelaufen für die. Und jeder, irgendwie war das so ein Tag, glaube ich, bei denen, wo jede Entscheidung, die sie auch getroffen haben, so hundertprozentig die richtige war. Ja, er hat ja auch mit Jack Haig da noch einen Helfer dabei. Also er musste selbst gar nicht so viel jetzt im Wind fahren überhaupt. Und von daher war es dann für ihn auch noch eine günstige Situation. Aber ja, generell, wenn wir mal so ein bisschen jetzt auf die Etappe nochmal eingehen, auf das Abschneiden der Favoriten, ist halt alles zum Schluss recht eng beieinander geblieben. Man konnte aber unterwegs dann doch schon so die ein oder andere Tendenz vielleicht ablesen. Also wir haben gesehen, gerade schon gesagt, Froom, der war da ein ums andere Mal abgehängt. Aber desto länger der Berg eigentlich wurde, desto besser wurde er auch. Tom Dumoulin, da hätte ich jetzt eigentlich auch vielleicht ein bisschen mehr erwartet, weil ich hätte gedacht, der Anstieg liegt ihm mehr. Aber im letzten Jahr hätte ich gesagt, ja, der fährt ja jetzt locker wieder hin. Aber er hatte doch auch bei der einen oder anderen Tempoverschärfung zu kämpfen. Wer für mich sehr, sehr stark war, stark aussah, war Pozzo Vivo, Bennett und auch Thibaut Pinot, der jede Attacke gut mitgefahren ist, sich Kräfte gut eingeteilt hat und dann auch noch zum Schluss eine Bonifikation eingeheimst hat. Und Aru ein Schatten irgendwie? Also es war so, war wirklich nicht da irgendwie so. Ich habe mich immer gefragt, ist der noch da oder nicht mehr da? Ähnlich wie bei Froom, war zwischendurch auch immer wieder abgehängt, hat sich aber immer wieder ran gekämpft und ist halt einfach da nicht kaputt zu kriegen gewesen. Und kann natürlich auch sein, wie wir es vorher schon mal gesagt haben, dass er jetzt dann auch erst so langsam in die Form findet, die er halt braucht. Auch Lopez hat es unterschiedliche Male probiert, ist aber auch nicht richtig weggekommen. Also der Sturz scheint ihn da nicht so sehr zu beeinträchtigen, als dass er da nicht, ja, noch irgendwo eine Rolle im Gesamtklassement spielen könnte. Ja, also es war, war aber, klingt jetzt blöd, aber fand ich irgendwie, es war eine schöne Etappe. Also ich hatte, bei solchen Etappen, wo man sich darauf freut, habe ich immer die Sorge, oh, 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 ob das wirklich jetzt auch dann das hält, was es verspricht. Ich weiß jedes Mal, wenn Alpe d'Huez oder der Ventoux auf dem Etappenplan stehen, sitze ich im kompletten Anstieg vor der Glotze und habe eigentlich fast immer Angst, dass irgendwie es doch nicht so toll wird, wie gedacht. Und heute hatte ich zwischendurch auch so, als ich hier in unserem Haushalt ankündigte, ab 15.30 Uhr ist es mit Papa nicht mehr zu rechnen, da sitze ich vor der Glotze, dachte ich mir so, hoffentlich lohnt sich das auch bei dem schönen Wetter. Aber hat es definitiv. Also so eine Geschichte, dass aus einem Team Zweifahrer das so abschießen, dass ein Plan oder nicht Plan oder ein Reagieren auf Situationen so gut gelingt, das habe ich in der Form schon lange nicht mehr gesehen. Oder was heißt lange nicht mehr gesehen, aber es war schon herausragend. Ja, also muss man sich lange zurückerinnern, dass man eine Mannschaft bei einer Bergankunft Platz 1 und 2 da belegt hat. Also ich glaube, letztes Jahr bei der Vuelta war es, glaube ich, Pools und Froome, die am Anglieru hinter Contador angekommen sind. Aber ansonsten muss ich da auch, glaube ich, etwas länger zurückdenken. Und auch in dem Stil, also dass jetzt aus einer Gruppe von Favoriten, von sieben, acht Leuten, dann vielleicht mal zwei dann das gemeinsam da abschließen, okay. Aber das eine aus der Ausweisergruppe noch der andere, also dieses Attackieren der Favoritengruppe mit dem Risiko, sie an den eigenen Mannschaftskameraden ranzufahren. Ja, also wie gesagt, also da hätte wäre ich gerne mal, hätte ich gerne im Mannschaftsmagen gesessen, was da über den Funk kommuniziert wurde. Ob das jetzt selbst die Initiative von Yates war oder ob er angewiesen wurde, jetzt noch zu versuchen zu attackieren. Weil, ja, also ich glaube eher, dass er das selbst entschlossen hat in dem Moment, weil er einfach gesehen hat oder gefühlt hat, dass er einfach unheimlich stark ist. Ja, also es war auf jeden Fall, wahrscheinlich in dem Auto, also wenn ich als sportlicher Leiter in dem Auto gesessen hätte und mir hätte Simon Yates gesagt, pass auf, ich fahre die jetzt, ich fahre die kaputt, ich fahre jetzt weg, hätte ich erstmal gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann hätte er attackiert und hätte ich da gesessen und hätte gesagt, oh Gott, 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 also da hätte ich, glaube ich, dem hat mein Leben noch nie Fingernägel geknabbert, aber da hätte ich, glaube ich, angefangen. Weil es ja schon ein gewisses Risiko mitgebracht hat und zwar wirklich, also Simon Yates hat sich heute bei mir ein bisschen in die Herzen gefahren, muss ich sagen, mit der ganzen Aktion. Ich bin ab jetzt Team Yates, auch wenn es relativ einfach ist, das jetzt zu machen, nach dieser Aktion, dann für ihn zu sein, aber der hat sich heute bei mir definitiv ins Herz gefahren. Ja, und vor allem auch ein Fahrer wie Chavez, also das eigentlich wurde auch mal zum beliebtesten Fahrer im Feld gewählt, weil der hat halt immer ein Lächeln auf den Lippen und ja, gestern irgendwo habe ich auch eine kleine Reportage über ihn gesehen, dass er das jetzt, da war der Arzt, der ihn damals nach diesem Sturz bei der Trofeo Laiguelia wieder hergerichtet hat, da und ja, der Chavez hatte ihn da zum Giro eingeladen und war sehr, sehr froh, dass der da war, weil die meisten Ärzte hatten ihm gesagt, dass er nie wieder irgendwie Sport betreiben kann und es ist dann doch möglich gewesen, dass er jetzt wieder auf dem Niveau Rad fährt. Ja, aber es war auch dann krass zu sehen, also der hat halt einmal halb über den Rücken so eine krasse Narbe, also der wurde da auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Ja, finde ich gar nicht schön, hör auf damit. Ja, aber jetzt nochmal, vielleicht haben wir jetzt über die Gewinner des Tages gesprochen, sprechen wir ein bisschen über die Verlierer, Astana haben wir schon angesprochen. Ja. Die Zwa Lopes heute. Da möchte ich heute Abend auch, da kriege ich keinen Anachtisch, um zu Bett gehen. Ja, die zwar Lopes vorne in der Favoritengruppe mit dabei hatten, haben aber so ziemlich den ganzen Tag arbeiten müssen, viele Kräfte verschlissen. Ein Pio Bilbao hatte jetzt auch nur 49 Sekunden Rückstand, liegt in der Gesamtwertung immer noch mit 1,03 auf Platz 7. Da hat man jetzt noch zwei Fahrer zwar, die da einigermaßen aussichtsreich sind, aber natürlich generell gesehen gehören sie zu den Verlierern des Tages und eine Mannschaft, die nach dem heutigen Tag ihre Segel komplett neu anstreichen muss, ist das Team Bora Hansgrohe, wo Davide Formulo heute, glaube ich, über fünf Minuten verloren hat, wo man sich natürlich auch viel, viel mehr erhofft hätte. Und auch ein Patrick Konrad, ja, kam zwar noch vor Maximilian Schachmann, 23 Sekunden vor ihm mit 1,22 Rückstand rein, aber, ja, er hätte sich vielleicht dann insgeheim auch ein bisschen mehr erhofft. Aber die große Enttäuschung bei Bora heute natürlich Formulo. Und Schachmann hat dann heute auch zumindest so viel einkassiert, dass er sein weißes Trikot abgeben musste. Ja, aber ganz erstaunlich, einen Fahrer, den vielleicht jetzt auch, ich hatte ihn so ein bisschen auf dem Zettel oder insgesamt in der Hoffnung, dass er da jetzt vielleicht mal den Durchbruch so schafft. Richard Carapaz, der Ecuadorianer aus der Movistar-Mannschaft, hat sich das weiße Trikot geholt von ihm, führt er jetzt mit 16 Sekunden vor, Ben O'Connor und 19 vor Sam Omen, Maximilian Schachmann, 39 zurück. Und, ja, generell zeigt sich halt, Carapaz scheint da jetzt der stärkste Fahrer in der Movistar-Mannschaft zusammen mit Betoncourt zu sein, die da, ja, vielleicht als Duo auch noch einiges ausrichten können. Und vielleicht ist das ja auch, wir hatten uns vorher gefragt, was kann so das Ziel von Movistar sein? Vielleicht ist das ja ausgerechnet das Ziel, ne? Das weiße Trikot, wir haben einen guten Mann fürs weiße Trikot, orientieren wir uns mal daran, machen wir das doch mal. Könnte natürlich sein und nebenbei vielleicht auch noch, was halt generell oft bei Movistar sehr hoch gehängt wird, die Teamwertung. Da liegen sie jetzt auch auf Platz 3, 2 Minuten 06 gemeinsam mit Sky, der dritte Platz, beziehungsweise der zweite Platz. Ja, wird natürlich schwer gegen diese starke Mannschaft von Yates und Chavez, aber gut, wird man sehen. Wenn die vielleicht ihre Pferde mehr auf das Classement, Gesamtclassement richten, dann ist da vielleicht auch noch einiges möglich. Und ja, vielleicht kann man dann mit Carapaz und Betoncourt vielleicht nochmal einen Etappensieg anpeilen. Ja, das klingt doch alles gar nicht so schlecht. Ja, und Fahrer, also was mich auch überrascht heute, normalerweise sehen wir bei den Grands Tours das klassische Bild oder bei der letzten Buelta war es ja mal so, in der, glaube ich, 15er Favoritengruppe sechs Fahrer aus der Sky-Mannschaft. Das war heute ein ganz, ganz anderes Bild. Also ich glaube, der letzte Mann, der dann noch irgendwie bei Froome bleiben konnte, war tatsächlich Hinau, der lange in der Ausreißergruppe war und Kenny Ellison auch noch. Aber beispielsweise ein Fahrer wie Wout Pools, 3 Minuten 18 Rückstand, hat mich dann doch schon heute enttäuscht. Also da hätte ich mir mehr erwartet. Ja, das war, man weiß nicht genau, woran es liegt, aber es ist definitiv so, dass da... Ja, aber es ist definitiv auch ein Handicap für Chris Froome jetzt, dass er nicht die Mannschaft stärker hat, wie bei seinen vier Tours de France Siegen oder beispielsweise wie beim letzten Jahr in der Buelta, weil du kannst halt auch, er muss jetzt einen Rückstand aufholen, er ist erstmals so in dieser Situation bei einer Grand Tour, dass er auch einen größeren Rückstand aufholen muss, dass er da Fantasie zeigen muss und wenn du natürlich nicht diese starke Mannschaft an deiner Seite hast, dann wird es schwierig. Ja, aber ich sage einmal so, bis dato war es ja immer so, dass er in dieser komfortablen Situation war und deswegen nicht, dass man die angesprochene kreative Moment irgendwie ausspielen musste. Vielleicht ist es jetzt auch mal so, dass wenn er in diese Situation gebracht wird oder dazu gezwungen wird, um es mal so rum zu sagen, vielleicht wird das jetzt auch mal wieder so ein bisschen, ja, kann er dadurch Sympathien gewinnen oder hat er die Möglichkeit, sich von einer anderen Seite zu zeigen, um es mal positiv zu formulieren? Das auf jeden Fall, ja, und vielleicht noch zwei Worte zu Froome. Also es scheint ja so, dass er jetzt in diesen kurzen, knackigen Anstiegen, da er so seine Probleme hat, aber in den langen Bergen dann doch, ja, mit den Westen mitfahren kann und interessant in dem Zusammenhang fand ich dann auch die Aussage des sportlichen Leiters Nikola Portal, der halt nochmal darauf hingewiesen hat, dass man eigentlich in dieser Saison dieses Dubel als Ziel hat und dass es da nicht so sehr sinnvoll wäre, jetzt am Anfang des Giros schon in Topform zu sein. Also das heißt so ein bisschen durch die Blume für mich gesagt, man hat da auch schon gezielt drauf hingesteuert, dass man jetzt die richtig gute Form erst in Richtung dritte Giro-Woche aufbaut. Also werden wir dann in der zweiten, in der dritten Woche, Ende der zweiten Woche die Attacken von Aru und Flumsern bekommen? Kann gut sein, ja, es kann gut sein und vielleicht auch haben das die anderen auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass sie da jetzt bei den nächsten beiden Bergangkünften auf die Tube drücken müssen, um denen noch ein bisschen Zeit abzunehmen. Auch denke ich die beiden Orica-Fahrer, beziehungsweise Mitchell und Scott-Fahrer, Yates und Chavez, die sind halt mit ihrer Form momentan auch schon fast am Limit, ist denn die Frage, ob die das auch in der dritten Woche noch halten können. Schön, dass du auch immer noch Orica sagst, ich sage das auch immer noch, die ganze Zeit irgendwie so kriege ich nicht raus. Anscheinend hat Orica sehr, sehr, sehr gutes Marketing gemacht im letzten Jahr, dass sie sozusagen immer noch in den Köpfen drin sind, also alles gut, alles richtig gemacht für diese Truppe. Naja, okay, gehen wir mal vielleicht ganz schnell durch, wie sozusagen der Stand ist derzeit nach der Etappe 6 zum Ätna-Hoch-Gesamtklassement, wie gerade eben schon gesagt, Dumoulin auf Platz 2 eingekesselt von Simon Yates, der das rosa Trikot hat und Chavez auf Platz 3, insgesamt 16 Sekunden für Dumoulin, 26 für Chavez, Platz 4 dann Bahrain-Merida mit Pozzovivo, 43 Sekunden, Pinot von FDG, ich weiß auch nicht, da sagt man immer FDG, obwohl er heißt eigentlich auch Groupama, FDG, ja. Pinot hat sich 4 Plätze nach vorne gearbeitet, mit 45 Sekunden, Ron Dennis auf 6, Pelo Bilbao von Astana, 2 runter auf die 7, Chris Room, George Bennett, Fabio Aro, kompletieren die Top 10. Ja, also ist jetzt alles irgendwie so nicht komplett unerwartet, wie es da ausschaut, ne? Also da ist jetzt keiner drin, den du, ähm, also musst sagen, über Bilbao weiß ich wahrscheinlich am wenigsten, aber sonst sind das alles Namen, die man durchaus da oben auch jetzt schon zu diesem Zeitpunkt erwarten konnte. Klar, der einzige, der halt so da drin fehlt, ist halt Miguel Angel Lopez, aber das ist halt bedingt durch, durch die Zeitrückstände, die er da schon irgendwo kassiert hat. Ja, der ist im Moment auf Platz 22, grünes Trikot, Punktetrikot, ja klar, durch die gewonnenen Etappen Viviani, keine Ahnung, mal der Ciglamino, ja. Ja, ich kann das nicht aussprechen. Weißes Trikot hatten wir eben schon angesprochen, Carapaz, Richard, Richard, ein schöner Vorname, Richard Carapaz von Team Movie, Bergtrikot, heute klar. Ja, hat sich Chavez geholt natürlich, dadurch, dass er da die Bergankunft gewonnen hat, hat da auch automatisch eine riesen Punktzahl auf sein Konto, nämlich jetzt 35, Yates da auf zwei, Pinot auf drei und Enrico Barbien, der das Feuer inne hatte, ja, der ist heute drei Plätze natürlich nach unten getaumelt und ist jetzt nur noch auf Platz vier. Ja, ich wollte noch eine Sache dazu sagen, wäre vielleicht auch eine schöne Taktik von Scott, dass man sagt, pass auf, wir machen Chavez, lassen wir jetzt möglichst oft irgendwie vorne attackieren und der holt sich dann das Bergtrikot. Wäre ja auch eine sehr, sehr, könnte das Team wahrscheinlich auch gut leben, beide Trikots nach unten tragen. Ja, aber überlegt mal, was ist mehr wert, zwei Podiumsplätze oder einen Podiumsplatz und das Bergtrikot, also da wird, da wird, denke ich, die Mannschaft dann auch eher sagen, dass es eher ein nettes Mitbringsel, wenn wir das jetzt noch haben, irgendwie das, was man natürlich taktisch machen könnte, man könnte jetzt einem Fahrer, weiß ich nicht, beispielsweise einen Ciccone, der jetzt, glaube ich, auch schon recht weit zurück ist oder einem anderen Fahrer ermöglichen, in das Bergtrikot zu schlüpfen, dem die Punkte überlassen und denen sich sozusagen als Alliierten schaffen. Ja, das stimmt. Mannschaftswertung, habe ich dich eben unterbrochen, klar, also nach dem Tag wie heute ist das offensichtlich Michelin Scott vor Team Sky und Movies, da hast du eben schon erwähnt, Astana, dann auf Platz vier und Emirate, FDG, Team Sunweb und so weiter und so fort und so geht es weiter. Wobei das, glaube ich, immer noch die unwichtigste Wertung sozusagen ist von allen. Ja, es kommt drauf an, also bei manchen Teams wird es halt sehr hoch angesehen und manche, die sagen, ja gut, das ist sonst jetzt nicht so von Bedeutung. Ja, aber trotzdem, ich finde es immer noch eine Erwähnung wert und wie du eben sagtest, Team Movie legt da mehr Wert drauf. Schön, dass ich es dann auch weiter vorne sich da einraten habe. Morgen, um jetzt mal vielleicht so ein bisschen in die Vorschau schon zu gehen, was uns jetzt erwartet in den kommenden Tagen. Morgen gibt es dann die Etappe, die in Pizzo startet. Pizzo, der Ort, wo ich letztes Jahr, glaube ich, war, im Urlaub oder vor zwei Jahren letztes Jahr. Naja, wurscht, war schön da. Pizzo und es wird dann eine Flachetappe am Meer entlang geben. Zwei, mehr oder minder, sind das überhaupt gewertete? Nee, ne? Das ist alles flach. Ja, es gibt keine Bergwertung. Keine Bergwertung. Geht es nach Praia Amare. 160 Kilometer flach, Wind, keine Rolle spielen. Also ich habe es da einigermaßen windig in Erinnerung gehabt, als wir da waren. Und das war jetzt ungefähr auch zu dieser Zeit. Aber am Ende des Tages, der letzte Kilometer ist, glaube ich, topflach. Geht es leicht bergab und dann nur noch immer geradeaus. Also immer geradeaus weiß ich gar nicht, aber zumindest ist es flach. Das wird morgen, wird es Viviani machen oder nicht? Ist die Frage, die man sich, glaube ich, im Moment einfach so stellen muss. Ja, also, ja, wir sind halt den ganzen Tag, wie du gesagt hast, am Meer. Und da könnte, wie gesagt, der Wind vielleicht eine Rolle spielen. Apropos Meer. Wusstest du eigentlich, dass wir heute in der einzigen Provinz in Italien waren, die keinen mehr Zugang hat, in Enner? Nee. Das ist die einzige, tatsächlich die einzige Provinz, also die da nach einer Umstrukturierung keinen Zugang mehr zum Meer hat. Aber ich rechne, wie gesagt, auch damit eigentlich das einen Massensprint gibt. Aber es könnte natürlich sein, ja, ich denke, die Mannschaft Mitchell und Scott wäre vielleicht auch gar nicht so, die wäre sehr froh darum, wenn sie das rosa Trikot jetzt nochmal abgeben könnten. Also die werden, da denke ich, eine Ausreißergruppe nicht im Weg stehen. Und dann ist halt die Frage, haben so viele andere Teams wie Quickstep beispielsweise noch ein Interesse daran, einen Massensprint herbeizuführen? Vielleicht schafft es auch mal eine Ausreißergruppe, da zudem die Etappe ja noch recht kurz ist mit 160 Kilometern. Okay, ja, interessante Theorie. Stimmt, wir sind noch relativ früh. Wir sind jetzt bei Etappe 6 gewesen. Jetzt nur nochmal das rosa Trikot ein bisschen rund gehen lassen, bevor man es dann sich wiederholt klingt. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt schon auf den nächsten Tag dann überleiten darf, am nächsten Tag gibt es dann eine Bergankunft. Vielleicht auch die Kräfte dafür schon. Scheint mir auch nicht die allerdümmste Idee zu sein. Lange Etappe mit Bergankunft. Nicht der allerschwerste Berg, also eher so eine Rollergeschichte, überhaupt nicht mal. Ja, Montevergine ist halt ein klassischer Rollerberg. Also da kommt in der Regel eine Gruppe von 10, 15 Leuten an. Und ich glaube, das letzte Mal, als wir da oben waren, hat sogar ein Ausreißer Barteklerk gewonnen 2011 oder 2012. Aber auf jeden Fall ist es wirklich ein Rollerberg. Also da kann man jetzt nicht super viel Zeit rausfahren. Also es wird zwar sehr schnelles Rennen werden, aber ja. Ja, aber mit 210 Kilometern auch ein langer Tag einfach. Und dann sich morgen, ich will nicht sagen, die Weine hochnehmen, aber morgen vielleicht mal das ein oder andere Korn drin lassen, anstatt das rauszuhauen, ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Deswegen finde ich die Theorie, dass morgen das rosa Trikot nochmal wechselt an irgendwie ein ambitioniertes Team. Vielleicht versuchen es die Leute von Villiers. Vielleicht fahren die morgen mit sieben Leuten weg mal vorne. Kann ja auch sein, dass die mal. Die brauchen aber wirklich viel Vorsprung. Ja, okay, stimmt. Die brauchen sehr, sehr viel Vorsprung. Ne, aber das klingt für mich sehr plausibel, dass das passiert. Ja, weil du müsstest das Trikot dann ja, wenn wir mal überlegen, dann nach den beiden Werketappen wird es dann ja schon ganz, ganz schwierig, das nochmal an den Ausreißer abzugeben. Man muss es ja im Prinzip schon durchziehen. Also im Zeitfahren würdest du es dann wahrscheinlich sowieso nochmal an Tom Dumont verlieren. Aber ansonsten mit, und zumal du nur noch acht Fahrer hast, das ist dann natürlich immer die Frage. Wobei, wer weiß, wie, also wann ist das Zeit? Also Tom Dumont, wie viel wird er rausfahren? Also das wird eh schon eine spannende Kiste. Das ist ja schon sehr spannend. Also das erste Zeitfahren kann man da schlecht als Referenzpunkt nehmen, weil das war halt mit diesen, ja, Anstiegen auch gespickt und da war halt ein Yates auch nicht weit weg von Tom Dumont, aber das zweite Zeitfahren, wenn man sich da mal das Profil aufruft, dann sieht man, das sind 34,2 Kilometer zwischen Trento und Rovareto, die fast komplett flach sind. Also es gibt da zwei, ein, zwei kleine Wellen drin, aber das ist halt sowas, ja, wo so ein Roller wie Tom Dumont brutal schnell langbrettern kann. Ja, das stimmt. Und ich rechne jetzt mal, also das ist meine Einschätzung, so um die zweieinhalb Minuten wird er auf einen Yates rausfahren. Und auch rechne ich damit, wenn Tom Dumont die Form aus dem ersten Zeitfahren hat, dass er einem Proom ungefähr eine Minute abnimmt. Ich sehe gerade, nur um mal ein Beispiel aufzugreifen, beim letztjährigen Zeitfahren der Vuelta hat Simon Yates, okay, das wird man hoffentlich nicht vergleichen können, auf 47, auf 40 Kilometer auf Chris Froome sechs Minuten sich eingepackt. Aber da war es wahrscheinlich eh schon alles gelaufen und hat nur noch die Beine hoch. Naja, da war er auch im Clasmon nicht mehr vorsichtreich, also von daher war das eher ohne. Ja, ja, ohne, das kann man nicht als Referenz sehen. Und ansonsten, ich habe jetzt einfach mal durchgescrollt so ein bisschen, was er in den letzten Jahren an Zeitfahren hingelegt hat. Ich glaube, es kam bei keinem Zeitfahren so viel auf so viel an wie jetzt bei dem, deswegen ist es schwer das einzuschätzen. Ja, aber wie gesagt, das Problem haben ja jetzt nicht nur die beiden Mitchelton-Scott-Fahrer, sondern alle, die da vorne in der Gesamtwertung rumfahren, über denen schwebt das Damocles-Schwert Tom Dumoulin. Also das ist ihr großes Problem, dem müssen sie unbedingt Zeit abnehmen. Ja, und das gemeinsam am besten. Ja. Insofern sieht das jetzt vielleicht schöner aus für die Mannschaft, aber in der Pole-Position befindet sich nach wie vor Tom Dumoulin, alles im grünen Bereich. Ja, aber wer weiß, er hat sich heute nicht besonders stark gezeigt. Er hat auch keine Schwäche sich erlaubt. Aber das war jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, oh Tom Dumoulin, da setze ich jetzt nochmal ein Zehner mehr drauf, behaupte ich einfach mal, als bisher. Ne, dann die Etappe vielleicht am Sonntag. Genau, das ist die Etappe Nummer 9 von Pesco Sanita nach Gran Sasso de Italia. Auch wieder lang, 225 Kilometer. Ganz lange Etappe und vor allem auch viel schwieriger als die vorige Etappe nach Montevergine, weil wir haben zwischendrin schon einen Berg drin, also es geht eigentlich auch nur rauf und runter. Einen Berg, der auf 1252 Meter führt. Zwar nur zweite Kategorie, dann geht es runter. Und dann haben wir einen ganz, ganz langen Schlussanstieg. Also dieser... Wie lange geht der? Von 167, also... Ungefähr 26 Kilometer. Natürlich zwischendrin ist nochmal so eine... Ach, Moment, da möchte ich aber, ich widerspreche dir sehr, sehr ungern. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, der ist 47 Kilometer lang. Je nachdem, wo man ihn anfangen lässt. Ja, wenn du jetzt die Erstkategorie Bergwertung davor noch dazurechnest, dann kommt es hin, ja. Also ein knüppelhartes Ding. Ja, vor allem man fährt da von 382 Meter auf fast 2200 Meter rauf. Also das könnte auch nochmal, Montag dann der Ruhetag, man muss sich also nicht irgendwie jetzt besonders schonen oder so, das könnte wirklich ein ganz, ganz großes Fest werden. Wieder so ein Tag, wo man sich sagt, okay, hoffentlich investiere ich jetzt nicht zu so viel Freude rein. Ja, es bietet auf jeden Fall die Möglichkeit, da nochmal anzugreifen, weil, ja, vor dem Ruhetag, wie gesagt, da kann man schon mal ein paar Kräfte mehr lassen, als wenn jetzt am nächsten Tag noch eine Werketappe kommt. Das Gleiche sich wiederholt, ja. Definitiv. Ich glaube auch, dass wir nach dem Sonntag schon mehr wissen. Ich glaube, wir wissen nicht. Ja, heute war es halt mehr oder weniger so ein, erstmal so ein Abtasten. Also da hat sich jetzt ja noch keiner der Favoriten, musste da sich voll exponieren. Und am Sonntag, wenn du da halt dann so eine kleine Krise vielleicht reinfährst, dann kann es halt wirklich bitter werden. Ja, ich finde aber trotzdem, dass das heute schon, also ich finde nicht, dass, also Dumoulin ist für mich jetzt nicht mehr Favorit, als er vorher war, sondern im Gegenteil, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass die, dass die Herausforderer besser sind oder sich in einer besseren Form zeigen oder wie auch immer, als ich vorher vermutet habe. Also ich bin jetzt nicht mehr so, Dumoulin wird es auf jeden Fall machen, als wie vorher. Ja, und das Rennen ist ja auch völlig offen. Also es gibt, ja, viele Fahrer, die gewinnen können. Und taktisch ist es jetzt, wie gesagt, auch sehr spannend mit diesen zwei Fahrern von Mitchelton Scott, die da vorne irgendwie mehr Möglichkeiten haben, gegen den Tom Dumoulin zu agieren. Und auch, ja, wie gesagt, auch Thibaut Pinot habe ich für den Gesamtsieg noch nicht abgeschrieben. Also, da weiß ich, also warten wir mal ab. Also das, ich bin einfach mal freudig, also die letzten, also vor allen Dingen der heutige Tag und die zwei Tage davor, haben mich zumindestens zu dem Schluss kommen lassen, dass es mit an Sicherheit ganz einer Wahrscheinlichkeit ein sehr spannender Giro wird. Und, ja, das freut mich jetzt einfach erstmal. Gut, also ich würde mal sagen, machen wir ein bisschen einschließlich, wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, wann die nächste Sendung stattfindet, aber vielleicht so um den Ruhetag herum sollte was werden. Deswegen würde ich sagen, besprechen, lassen wir es mit der Etappenbesprechung dabei einfach mal bewenden. Und gucken, ich hätte so gerne, ich finde es jetzt aber nicht mehr, auf der Seite des Giros gab es doch auch mal, also ich habe ja beim letzten Mal so sagen können, ab wie viel Uhr wird es interessant, aber ich finde irgendwie diese, diese Seite, wo ich dieses, weißt du, wo du so immer, was meinst du? Naja, es gibt ja immer diese Seite, wo man dann, wo dann so ein bisschen schnellster Schnitt, langsamster Schnitt und so weiter, ich finde einfach auf der Seite nicht mehr dieses Ding, sozusagen, wie man es auch immer nennen mag, muss ich mir einfach suchen, möchte ich mir jetzt auch nicht nehmen, unkonzentriert bei der Sendung sein. Ja, aber du kannst ja bei den Etappen gucken. Ja, die finde ich komischerweise auch nicht mehr. Ja, ich, ah, hier, das sieht doch jetzt ganz gut aus. Ah, hier, ja, jetzt bin ich da, wo ich hinwollte. Etappe 9. Aber du kannst Kronotabella und dann siehst du schon, wann die ungefähr wo sind. Ja, genau, das meinte ich, aber das konnte ich eben, ich habe eben diese Inteneria Temteble, das war es, was ich gesucht habe. Naja, sitzt einfach früh genug vor der Glotze, soll ich jetzt machen. Ja, am Sonntag sowieso ist eigentlich von Anfang an eine sehr, sehr spannende Etappe. Am Samstag reicht es eigentlich, wenn man sich da die letzten Kilometer zur Bergwertung anschaut, weil davor wird doch, denke ich, nichts Weltbewegendes passieren. Und morgen reicht auch die Zusammenfassung. Super. Danke dafür schon mal, das war schon mal sehr schön. Kommen wir noch ein paar Neuigkeiten und Gossip und bla bla, sozusagen. Greipel gewinnt wieder. Also, er startet gerade bei den fünf, nee, vier, fünf, fünf Tage von dem Weg. Vier Tage von den Kirchen. Genau, und hat dann eine Etappe gewonnen, hier in der Gegend auch, ne, irgendwelche Facebook-Gruppen, Kölner Radfahrer und so, alle freuen sich, ne, Greipel ist back. Und, ja, schön, einfach, ne, also irgendwie hat den, für die, die sich nicht mehr erinnern können, es war bei Mananz und Remo, dass er sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Und, ähm, offensichtlich arbeitet er wieder an seiner Tourform und verfeiert den ersten Sieg. Auch dort wahrscheinlich, ich hab jetzt nicht gesehen, äh, was waren denn dann noch so für Jungs am Start? Ähm, ja, also die Sprint-Elite war da jetzt mit Sicherheit nicht am Start, aber ist natürlich wieder nach der Verletzung jetzt so ein klassisches Rennen, um nur wieder den Rhythmus aufzunehmen. Und, ähm, ja, wie gesagt, es war auch übrigens sein 150. Sieg als Profi, also ich weiß momentan nicht so viele Profis, die diese Vidanz, die aktiv sind noch, die das aufweisen können. Ja, also, ähm, eh ein Fahrer, ja, der viel gerollt ist und, ähm, ich bin mal gespannt, wie lange er noch fährt. Ja, er hat, also wenn man es jetzt mal vergleicht, vier Profisiege mehr als Mark Cavendish. Ja, aber, wie sagte Mark Cavendish, äh, wie äußerte er sich damals, die fucking kleinen, kleinen Rennen oder so, ne, also, äh, also diese... Natürlich hat er, hat er irgendwo diese, äh, diese 30 Tour-de-France-Etappensiege als Argumentationspunt auf seiner Seite, aber ich will nicht sagen, dass die Siege von André Greipel qualitativ minderwertiger sind. Nee, und ich glaube auch, dass die, ähm, dass man, ich glaube, wenn die beiden mal irgendwie so, beide ihre Karriere beendet haben und dann sich nach zehn Jahren mal wieder treffen, äh, sie waren ja nicht die besten Freunde und sie werden es wahrscheinlich auch nicht mehr werden, aber dann werden sie beide mit gehörigem Respekt voneinander sprechen können. Das kann ich mir schon gut vorstellen, ne, eine andere Zahlung ist mal einzuordnen, ähm, also Marcel Kittel, jetzt natürlich schon ein paar Jährchen jünger noch, ne, der hat 88 Profisiege. Ja, das ist also auch im Vergleich jetzt, äh, dazu, äh, da fehlen noch ein paar, um mit einem André Greipel mal sich auf eine, äh, Stufe zu heben. Sollte man auch mal so im Hinterkopf haben, ne. Klar, Marcel Kittel hat noch sieben Jahre mehr, wenn er jetzt, äh, jedes Jahr noch acht Sieger einfährt, ne, dann, dann sind sie auf einem Niveau. Äh, mal gucken, ob das passieren wird. Bin gespannt. Ja, Marcel Kittel, der sich übrigens gerade in Kalifornien im Höhentrainingslager befindet und startet dann jetzt auch ab Sonntag, glaube ich, bei der Kalifornienrundfahrt. Auch immer ein schön, ein schönes Rennen, ne, also vor allen Dingen mit schöner Berichterstattung, mit schönen Bildern und so, da hab ich auch immer mal gerne mal so eine Zusammenfassung mir angeschaut. Und vor allen Dingen haben die bestimmt auch schönes Wetter in Kalifornien. Aber ist da nicht, glaube ich, auch wieder Wassernot gerade? In Kalifornien? Ähm, ja, das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall musste jetzt auf der Etappe zur Gibraltar Road, dieser traditionellen Bergankunft, die Strecke umgeleitet werden, weil die Straße da von dem letzten, ähm, ja, von der letzten Naturkatastrophe noch so sehr verwüstet war. Es war, glaube ich, eine Überschwemmung Anfang des Jahres. Ja, das geht ja dann auf dein Herr, die Wassernot und dann später die Überschwemmung. Nun ja, nun ja, ähm, und, äh, ja, schön, dass André Greipel wieder gewinnen kann, dass er wieder, äh, im Sattel sitzt und zwar so gut, dass er, äh, vorne mitfährt und alles Gute für die weitere Vorbereitung zur Tour de France. Und, ähm, ja, als letzten Punkt von heute, erzähl mal, du warst im Kino. Nach dem ersten. Ja, tatsächlich schon wieder, also, ähm. So viel Kino hat sich für lange nicht mehr. Nee, und es gab, ähm, den nächsten, ähm, sehr, sehr schönen Radsportfilm, den ich, ähm, genießen durfte im Kinosaal, ähm, Time Trial, ein Film von und mit David Miller. Ja, David Miller, ja, für die, die ihn nicht mehr so in Erinnerung haben, hat bei der Tour de France 2000 beispielsweise das gelbe Trikot, ähm, ja, erobert im, im ersten Zeitfahren. Und, ähm, ähm, hat sozusagen zwei Karrieren gehabt. Einmal die bis zu seiner Doping-Sperre und die danach. Und in diesem Film Time Trial, ja, da hält vielleicht der Titel nicht ganz das, was er verspricht. Also es geht da nicht nur um Zeitfahren, ähm, er wird natürlich auch beim Zeitfahren, ähm, gezeigt. Aber generell porträtiert ist so, ich glaube, aus dem Jahr 2014 sein letztes Jahr als Profi. Und da wurde er mit einem, mit einem Kamerateam halt die ganze Zeit begleitet, auch innerhalb der Rennen. Und da sieht man wirklich ganz, ganz tolle Eindrücke aus dem Peloton. Vor allem auch mal aus den hinteren Bereichen, weil da ist er ja nicht mehr ganz so oft so weit vorne mitgefahren, sage ich jetzt mal. Beispielsweise hat man ihn da bei Mailand Sanremo gefilmt, ähm, im strömenden Regen, ähm, als er irgendwie bei zwei Grad versucht hat, sich eine Regenjacke anzuziehen. Und das halt auch nicht mehr selbst geschafft hat. Ja, und was ich halt auch, also für mich die beste, die beste Film, oder generell das Beste an dem Film, man hat ihn da mit einem Mikrofon ausgestattet. Und da hört man wirklich mal so diese Gespräche, die innerhalb eines Pelotons ablaufen. Also das sind wirklich manchmal nur irgendwie banale Sachen, zum Beispiel ein Gespräch zwischen Miller und Kreuziger. Und dann fragt halt, äh, der Miller ihn, hast du den Winter in Tschechien verbracht und wie ist das Wetter da? Also das sind halt so scheinbar die Hauptgesprächsthemen im Peloton. Oder beispielsweise beim Tireno Adriatico hat man ihn da auch begleitet. Und da merkt man halt, dass keiner Lust auf Ausreise hat. Und dass man halt da wirklich von, ab dem ersten Kilometer systematisch versucht hat, die Straße zu blockieren vorne. Und, ähm, dann gibt's halt auch so eine, wird halt auch beispielsweise in dem Teamwagen, haben sie halt auch eine Kamera gehabt und haben da die ganze Zeit gefilmt. Und, ähm, was da halt auch abgeht, ist, ist auch wirklich sehr einblickenswert. Also meine Highlight-Szene ist immer noch das, wo sich dann der, ähm, sportliche Leiter sehr, sehr über diese, ähm, ja, neutrale Zone vor dem, vor dem Start aufregt. Weil halt die Leute da auf dem Weg stehen und man nicht vorwärtskommt. Okay. Und sagt er dann auch so fucking neutral Zone die ganze Zeit. Also, äh, Unterhaltung, große Unterhaltungswert, ähm, äh, ich frag jetzt mal einfach, auf Englisch alles, ne? Also, äh, Englisch mächtig wäre schon von Vorteil, oder ist das unser Titel? Klar, der Film ist auf Englisch, aber, ähm, alles relativ gut verständlich gut, ähm, an den, diesen, wie sagt man, dem schottischen Akzent, den David Miller da hat ein bisschen gewöhnen. Aber, ähm, ja, er war übrigens auch, äh, selbst vor Ort und, ähm, hat so ein bisschen erzählt, wie das Ganze entstanden ist. Und, ja, insgeheim hat er ja auch gesagt, er hätte sich das gewünscht, dass es vielleicht 2009, 2000, bis 2012 der Film entstanden wäre, wo er halt noch wirklich vorne, vorne mitgefahren ist im Peloton. Aber beispielsweise auch. Ich weiß aber gar nicht, ob das nicht das, der, der uninteressantere Film geworden wäre. Das würde ich jetzt nicht sagen, also, es wäre schon, schon, denke ich, auch sehr interessant geworden. Aber auch vor allem, wie, wie man ihn da jetzt auch bei den Zeitfahren beispielsweise begleitet hat, das ist schon extrem. Er hat halt auch so eine Geschichte erzählt, ähm, als Kind ist er immer durch eine Kurve gefahren, in der Abfahrt, und, ja, er wollte, hat die so lange geübt, bis er es geschafft hat, ohne Bremsen durchzufahren. Und dementsprechend ist er halt auch in den Zeitfahren unterwegs gewesen. Also, was das für Aufnahmen sind, das ist der Wahnsinn. Okay. Wie lang geht der Film? Also, ist das so, typische anderthalbständer? Ich glaube, ja, auch so um die 90 Minuten. Okay. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant. Also, den werde ich mir, äh, erinnert natürlich der Film, der in der Hinsicht, ähm, Maßstäbe gesetzt hat, damals war Höllentour. Ähm, erinnert mich auch so ein bisschen an Chasing Legends, hieß der andere, glaube ich, ne? Ähm, äh, was war das, was, war es das Team HTC Columbia oder sowas da begleitet wurde? Genau. Also, wenn man das jetzt so ein bisschen, wenn ich die Filme jetzt einordnen müsste, dann sind diese letzten beiden Filme, die wir jetzt hier auch vorgestellt haben, natürlich für Radsportliebhaber sehr, sehr interessant. Aber von dem Erklärumfang her und für den, für das breite Publikum sind natürlich die gerade von dir genannten, ähm, besser geeignet, weil da halt auch viel mehr der Hintergrund erklärt wird. Mhm, das stimmt schon. Also, wobei, ich fand immer, dass Chasing Legends und, ähm, Höllentour eigentlich der gleiche Film ist, fast, ne? Natürlich mit anderen Darstellern, mit einem anderen Fokus, aber, ähm, ich fand da sehr, äh, interessant zu sehen. Nee, nicht, Chasing Legends, ich hab grad nachgeguckt, ist von 2010. Ähm, klar, Höllentour muss ja von 2000, zumindest Aufnahmen von 2003 waren's ja, ne? Weil ja Ulrich ja im Bianchi gefahren ist, ne? Also, diese, ich find's, glaub ich, unter einem Gesichtspunkt sehr interessant, was man sieht, okay, 2003 Aufnahmen, 2010 Aufnahmen und jetzt 2000, was war das dann, 17? Ähm, der Film von Miller wurde 2014 aufgenommen, aber beispielsweise, er war damals der erste, der mit einer GoPro gefahren ist. Ah, okay. Ja, wie diese technische Entwicklung, also, weißt du, wie sich die Filme, äh, wie man dann auch in, in, äh, die, die Entwicklung der letzten 15 Jahre oder so in technischer Hinsicht bei den Aufnahmen und so sieht, ne? Oder wie geschnitten wird und solche Sachen, das find ich auch dann immer, weil ich fand, Chasing Legends war einfach Höllentour nur 10 Jahre später. Da waren jetzt gar keine 10, die ich sehe, ähm, aber so, da, 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 da gab's, find ich, einen Riesenschritt in, äh, bezüglich der Kamerafahrten und so weiter, ne? Das fand ich ganz interessant, ähm, und, äh, ja, da bin ich, äh, alleine aus dem, vor dem Hintergrund bin ich nochmal gespannt, ähm, wie sich das darstellen wird, ähm, bei Time Trial, den Film über David Miller. Ja, cool. Also, ich hab auch, äh, ähm, wir hatten die Firma angeschrieben, den Produzenten, und die haben mich auch eingeladen, mal, äh, zum Gespräch irgendwie bei sich, weil die auch in Köln sitzen, äh, der, ich weiß nicht, wie nennt man das, Filmverleih, ist das der Filmverleih dann, glaub ich? Ja, ich glaub, also, der, ja. Mal gucken, ob man da mal nochmal irgendwas machen kann oder so, weil, äh, du scheinst ja zumindest sehr angetan, äh, zu sein. Äh, ich kann den Film nur empfehlen, ja. Ich seh grad, ähm, weil Chasing Legends fand ich damals auch gut, gibt's, äh, ich weiß nicht, ob es legal ist, ich hoffe es, ähm, gibt es komplett so auf, äh, YouTube zu sehen. Hab ich auch, also, ne, also, wer ihn noch nicht gesehen hat, ähm, äh, auf jeden Fall mal schauen. Das, äh, ist, äh, definitiv lohnenswert, ähm, das anzugucken. Und das war auch der Film, warum ich damals meine Meinung über Mark Cavendish, äh, geändert habe. Also, nach dem Film, äh, war er mir deutlich sympathischer als vorher. Okay, Rolf Aldag auch? Rolf Aldag weiß ich nicht, ne, der hat sich, glaub ich, also, der, der hat sich meine Meinung zu ihm nicht geändert. Also, ich glaub, der nicht, ähm, ne, ich fand einfach, äh, schön, diese ganze Geste oder die Geschichte, wer war es noch mal, ähm, der Fahrer, wer war noch mal bei dem Team, ähm, Columbia? Die ja, die wollten noch einfacher ins gelbe Trikot fahren am Anfang bei diesen komischen, äh, Etappen in Belgien. Hier, äh, den, den Altmann George Hinkaby, glaub ich. Hinkaby, ja. Ja, und den wollten die ins gelbe Trikot fahren und das hat nicht geklappt und ich fand das wirklich, äh, also, das ist jetzt, keine Ahnung, auch wie viele Jahre her, dass ich den Film gesehen hab, acht Jahre, vielleicht täusche ich mich da auch. Aber in meiner Erinnerung, ähm, fand ich, äh, das, äh, eine sehr ehrliche Traurigkeit von Cavendish, dass sie es nicht geschafft haben. Also, der meinte, boah, das hätten wir ihm gerne, so gerne mitgegeben, das hat er so gerne für den gemacht, wir hätten ihn so gerne ins gelbe Trikot gefahren und das hat irgendwie, aus welchem Grund auch immer, jetzt nicht geklappt. Und ich hab dem einfach so komplett abgenommen, dass dem das wirklich sehr, sehr leid tut. Und das, äh, hat bei mir Sympathien für ihn, äh, ausgelöst. Ganz einfach gesagt. Ja, das sind so die kleinen Gesten, wie wir es vorhin gesagt haben. Ja, genau, genau, genau. Yates und Chavez, die einen dann vielleicht, ähm, viele Fans bescheren. Exakt genau das, ne? Und ich bin jemand, der ist durch sowas zu kriegen und, äh, nachdem ich das in dem Film gesehen hab, fand ich das wirklich, äh, mal eine andere Seite von Cav, äh, außer nicht der, nur immer der, äh, pöbelnde, Engländer aus, sondern, äh, das auch mal. Und das, äh, hat mich gefreut. Also, schaut euch, äh, Chasing Legends an, schaut euch Time Trial an und wenn ihr das alles gesehen habt, dann schaut euch auch auf jeden Fall nochmal Höllentour an. Wer es noch nicht getan hat, sollte es eh machen, weil sonst, ähm, fehlt euch was in eurer Bildung. Muss man so sagen. Gut. Ja, wir sprechen uns, äh, Anfang der kommenden Woche. Wünsche euch ein, äh, tolles Wochenende. Möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Thomas, dass du dir... Ja, ich danke. War sehr schön. Ja, wir hatten Spaß. Und, äh, wir haben auch, glaube ich, weiter Spaß an diesem Giro. Da bin ich, äh, nach dem Tag heute sehr, sehr felsenfest von überzeugt. Hundertprozentig. Alles klar. Dann ein schönes Wochenende, schöne Woche oder wann ihr es auch immer hört. Macht es gut. Tschüss.